Das ist irgendwo geklaut. Ich finde den goldig. Du weißt, ich warte schon so lang. Fast 100%. Im ersten Moment denkt man ein bisschen an Urlaub durch die Straßen. Da würde ich gerne mal langlaufen. Ich wäre ein bisschen runtergekommen, aber ich liebe solche Gassen. Fängt gut an. Israel, wa? Baby, du weißt, ich warte schon so lang. Ja, Papa Mama. Ja, es ist bald Banana. Hättet ihr jetzt gerne mal gewusst, was Ja, Papa Banana heißt? Ach, hör auf. Nicht Bananen, hat nichts mit Bananen zu tun, ne? Hätte mir besser gefallen. Ja, Papa Banana. Also das ist ein Ohrwurm, das geht rein. Das kannst du noch, wenn du 18 Stunden unterwegs warst und dann noch einen drauf gemacht hast und dann nach Hause gehst, dann kannst du singen, Ja, Papa Banana. Er buhlt um die Gunst der Frau. Da ist noch Dias dazwischen. Oh, wir sehen ja Kinder. Sie ist so süß und sie schaut so schön. Das ist eine Liebeserklärung. Ach ja, sie guckt hinter ihm her. Das war gut, das war stark. Wo ist dein Mädchen? Das steht ja um die Ecke. Dann drücken wir drauf und dann kommt sie. Soll ich? Das ist auch so eine Art Rap, ne? Die Musik ist gut, dann. Da, 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 da. Er hat so ansprechende Bewegungen in der Musik. Das merkt man so richtig, wie er sie haben möchte. Rüchst sie ja auch. WhatsApp, da ist sie. Wisst ihr? Das geht doch ins Ohr. Drei Worte. Der einfachste Mensch kann sich das merken. Der singt so gut. Und sie tanzt so schön. Ja, ihr passt auch zusammen. Sehr schönes Video. Ja, dir wünsche ich viel Erfolg. So müssen Schlager, so werden Schlager gemacht. Oh, Würmer. Und mehr braucht es gar nicht. Also das hätte noch länger spielen können. Es hat mir gefallen. Wie er sich bewegt, das ist wirklich, ja, gut anzuschauen. Er kämpft um seine Liebe, aber sie liebt ihn auch. Die schickt gerne rum, so wie wir das auch hierfür gemacht haben. Mir hat es sehr gefallen, ja. Ja, da, 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 da. Weißt du, ich warte schon so lang. Ach, Karma. Ach so, dein inneres Leben, wenn du abergläubig bist, ja. Ich mag ja eigentlich solche Bärte nicht. Aber hier stört mich der Bart nun überhaupt nicht, weil sein ganzes Wesen offen ist. Sympathisch. Ja, der gefällt mir. Das Video allgemein kann ich mit vier Punkten bedenken, weil mir einfach die Location gefallen hat und das Ganze drum und dran. Auch ganz kurzfristig die Kinder damit einzublenden, das war eine gute Idee. Eine vier. Weil alles gepasst hat. No, ich hatte tun. Auch vier Punkte. Musik ist für mich Therapie, ja. Und deswegen, weil der so fröhlich ist, kriegt der von mir vier Punkte. Fast 100 Prozent. Vielleicht bin ich ein bisschen geizig, aber die hat mir auch gefallen. Quatsch. Was mache ich denn? Nee. So. Vier Punkte sind doch angemessen, ja. Warte auf ein Date schon seit September. Na, du hast ja Ausdauer. Ich finde den goldig. Erinnert mich an irgendeinen Schlager. Das ist irgendwo geklaut. Ich finde, was der Mann macht, das wünscht sich jede Frau. Also für den Text kriegt er ruhig von dem Wald, weil kein Blödsinn ist. Er möchte sie haben und das sagt er ganz ehrlich und das finde ich gut. Niedlich. Jappa Banana. Für das Ausfit von den beiden. War nicht übertrieben, kam bei mir gut an. Vielleicht hätte er mal zwischendurch die Sonnenbrille abnehmen können, damit man mal sein Gesicht richtig sieht. Aber ansonsten finde ich das gut. Die fanden beide nett an. Das war Cama oder Karma. Also mir gefiel das richtig gut. Er kämpft um seine Liebste. Was meint ihr dazu? Also, wenn ihr auch ein gutes Karma wollt. Abo, Däumchen, Glocke. Und ihr seid ne coole Socke. Bye, bye. Du bist es. Klasse. Klasse. Klasse.